Hallo Leute, hier ist euer Mike von Next Step. Wir sind heute auf dem Weg zu Lisa Busmann und der Busmann Gruppe, um euch den Beruf Maler und Makierer vorzustellen. Wir werden dazu auf eine Baustelle fahren und uns die Arbeiten vor Ort angucken. Und wir werden ins Headquarter fahren und dort mit Lisa und ihrem Partner, die Geschäftsführer, sprechen, um euch den Beruf näher zu bringen und zu entdecken, was am Maler und Makierer so besonders ist. Viel Spaß dabei! Wir sind jetzt mit der Lisa zusammen auf der Baustelle und gucken uns die ganzen Arbeiten mal live und in Action an. Dann kommt mal mit! Bis zum nächsten Mal! 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 Vielen Dank.